hallo nocturne also jetzt will ich erzählen dass die alle nicht irgendwie blind sind soll ich hab heute bock ein bisschen rein zu rein zu schwitzen das sind jetzt hier wort lane hast du rell oder was soll ich auch wieder einen schönen tag meiner war geplagt von finanz am telefonaten ja das ist so ein stress alter so freuen aber mal hier ein bisschen reinschwitzen im spiel gegen kassio ok so kommt es irgendwie zehnmal geiler als deren für diesen zwei müssen auf den englisch aufpassen er ist ja hier nämlich gerade so gesagt na gut so wir haben boots jetzt können wir ein bisschen raum gehen leute jetzt mit lane aus ja klar das auto man auch schwierig zu denken aber ich lauf mal über mitte einfach mal ein bisschen abfacken hab grad eh zu tun das ist gute plöscher für den meiser es reicht trotzdem sehr gut herzlich und leider töten lassen auf die kids style wie die jungen leute freude sagen würden lol loser sehr gut nice machen wir doch gut work hier doch kommen ach komm 1 hp sehr gut scheiße dass er noch da stirbt ist natürlich bitter sehr gut es stirbt leider auch komplett die ganze zeit das war ja kompletter int das war ja nicht sterbe ich habe ein dickes chatter auf mir drauf das talent ist aber auch nervig mann sehr die von den gegnern zwei verein ist fein er hat das hat dann bekommen aber die klinge auch noch trägen hallo nocturne also jetzt will ich erzählen dass die alle irgendwie blind sind was machen die gegner jetzt aber sind aber auch am rein jungen geht alle einzeln rein das ist echt schlau von euch alter ihr trollt doch alle muss ich flaschen für die scheiße oh man ey fast vier level über zack oh man er hat mich geupgradet warum upgradet er mich oh mein gott alter leider auch ein level über medicarrier fuck meine q leider gemisst ah ich glaube stirbt noch nice danke red buff okay der ist level 11 und kann das einfach tanken oder was da sind echt alle maids von mir ziemlich useless ne wie gewinnen wir das noch ist die große frage vielleicht ein elder stil das ist so dumm man fucking tellen der champion ist so dumm wie viel schaden macht der schade starten wir leider mit dem loss in den stream aber ich hab ganz gut gespielt denke ich jetzt gehen wir besser so ist es irgendwie wenig schaden haben wir den maids gemacht alter na gut ab jetzt nächste war except jetzt muss doch ein win kommen oder denke ich mal ich hab Bock auf nur den hail of bladesbart nur nur syndra und die haben irelia okay scheiße ich hab einen großen fehler gemacht ich hab vor dem stream nichts gegessen jetzt hab ich Hunger 40 euro meckis bestellung was silien es müssen wir uns gegenstellen leute oh oh wir haben top lane echo gegen irelia das stelle ich mir sehr ekelhaft vor für den echo das zuschauen ist ein gedicht von anfang bis zum end die worte fließen wie ein licht dem herzen angenehm gespendet oh shit der kommt ran aber triple kill van lecker herzlichen glückwunsch zu deinem acht monatigen abonnement da bist du jetzt offiziell teil der kutscher familie die neuen kutscher merch kollektion sind der absolute wahnsinn hat er recht die sind praktisch wie ein stealth upgrade für deinen style und nein ich hab noch ignite scheiße hab ich ein bisschen geintet ne ja gut 5 0 wein leute es gibt spaßigeres für die gegner oder finanzamt auf twitch hatten wir heute noch mit dem finanzamt telefoniert wo ist das ein desaster für die gegner okay was geht hier oben aber was das glück trifft nicht jetzt müssen wir noch ihre oben aufpassen und liebe alle einzelne treuen 23.30 klingt geil, Junge. Mois, wer würd ihr machen können, Tobias, Wohl Nuno macht schon den Zähndamage. Boah, das ist ein richtiger Low-Energy-Tag bei mir, Leute. Ich glaub, ich muss gleich noch mal Pause machen und was essen, ey. Da mussten wir schön was angucken. Machen wir so einen Tester, guckst du, das Stream ist wichtiger, ey. Ey, Klausur kannst du wiederholen, den Stream ja nicht, ne? Wie nennt man eine Brand-Leonardo-Utling? Sonnenbrand. Uff, Mariko. So was wirst du ja eigentlich Time-out für solche Witze auf Chantau-Level. Mit unserem neuen Kutscher-Merch wirst du dich fühlen wie ein echter Superheld. Die Kleidungsstücke verleihen magische Kräfte und verbessern deine Fähigkeiten in allem, was du tust. Boah, ich glaub, da mach ich jetzt noch mal schnell ne Pause, Leute. Ich muss was essen, das war richtig dumm, Stream im Zimmern ohne was gegessen zu haben. Hab ich voll vergessen. Begeleidungsstücke.